LMI-Meeting in Dresden, Award-Verleihung und die Party zum 10-jährigen Geburtstag. Am 29. Januar 2016 hat die Lila Chip Management GmbH aus Dresden zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Im Holiday Inn Hotel trafen sich Mitarbeiter von Institutionen und verschiedener Kooperationspartner, LMI-Mitarbeiter, aktuelle und ehemalige Teilnehmer aus Making of the Champions Kursen und Kollegen. Die Gespräche waren intensiv, die Diskussionen lebhaft, die Themen interessant. Es steht für uns alle fest, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen und unsere Kraft gemeinsam bündeln werden. Ziel ist es auch 2016 viele neue Champions auf ihrem ganz individuellen Weg zu begleiten. Die Überraschung während der Verleihung der Champions Awards stand den Gewinnern ins Gesicht geschrieben. Für ihre durchweg großartigen Leistungen im Jahr 2015 wurden insgesamt sieben Teilnehmer aus ganz Deutschland ausgezeichnet. Jeder von den Champions hat für sich Tolles geleistet, ist an seine Grenzen gegangen und hat sich neu erfunden. Dafür den herzlichsten Glückwunsch vom gesamten Team. Glückwunsch auch an die beiden Geschäftsführer, an alle Mitarbeiter und Freunde von LMI. Seit zehn Jahren ist LMI Deutschland nun auf dem Markt und es werden noch viele erfolgreiche Jahre folgen. Inzwischen fühlen sich auch unsere neuen Mitbürger bei uns zu Hause. Sie haben stolz und glücklich erzählt, was sie in den letzten Wochen in den Dresdner Integrationskursen gelernt haben. Viele dieser Begegnungen werden folgen. Dessen sind wir uns sicher.